Wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer erneuten Ausgabe von Alman Arabica. Und wie ihr sicherlich wisst, habe ich, wir nehmen ja hier immer, das ist ein authentischer Podcast. Wir wissen nicht, wie die Folge heißt. Und ich musste Karl auch gerade schon bremsen. Karl ist auch hier. Sag mal, hallo Karl. Oh Krise, hallo. Reicht auch schon, Karl. Reicht auch schon, Karl. Nicht zu viel. Ich musste Karl auch schon... Ihr wirst gleich sehen, worauf es dir ausläuft, Karl. Ruhig, ruhig, bleib ruhig. Ich muss doch Karl schon bremsen, weil Karl weiß ganz genau, dass wir uns treffen, damit die Kamera läuft und oder das Mikrofon. Und wenn das Mikrofon läuft, dann können wir hier Content produzieren und alles andere. Wenn ich mein Nickerchen machen muss, dann wird kurz eine Pause gemacht. Wenn Karl sein Nickerchen machen muss, dann wird eine Pause gemacht. Aber es ist nicht so, dass wir hier irgendwie Content verschleichen lassen. Wenn die Kamera nicht läuft oder das Mikrofon nicht an ist und Karl macht einen Witz, dann rege ich mich immer darüber auf. Weil das könnte auch ein Witz sein, den ihr hört. So. Ich wollte es nochmal loswerden, weil das verstehen Leute nicht. Wir sind Freunde gewesen, dann sind wir Geschäftspartner geworden. Genau. Und jetzt ist das halt so. Jetzt sind wir Podcastpartner. Und immer wenn Karl seinen ostdeutschen Akzent sagt, sage ich, Karl, hör endlich auf, lustige Akzente zu machen. Wenn das Mikrofon nicht läuft. We used to be friends. Now you're somebody that I used to know. Used to know. Somebody that I record a podcast with. Okay, gut. Also festhalten wir, dass wir beide genauso viel Karaoke-Kenntnisse haben, wie wir von uns glauben. Rudi, beim Karaoke kommst du nicht darauf an, als ob es dich gut anhört. Es geht um die Gefühle. Es geht um nichts anderes. Wenn du siehst, dass bei Robbie Williams feels, wenn da richtig was reingelegt wird, sind die Töne egal. Ist der eh betrunken. Du musst, wenn, ich, ich mach das, ich persönlich, ich bin, wenn ich, wenn ich, wenn es darum geht, bin ich wie Til Schweiger. Den Wein auf, den Facebook-Kommentar raus und dann einfach gehen lassen. Sich einfach mal gehen lassen. Er ist ja auch Schütze. Er ist ja auch Schütze. Er hat das, er trägt sein Herz auf der Zunge. Ich hab so ein, ich hab so ein zweieinhalb Minuten TikTok von Til Schweiger gesehen und es war mir zu langweilig, immer das bis zum Ende reinzuzwirbeln. Der hat nur gesagt, dass er gerne mal einen trinkt und dass er sehr enttäuscht ist. Ich habe, ich habe letztens einen Film von Til Schweiger wieder gesehen, einfach weil ich, oh, ich hatte aber so einen Moment so, oh nein, ich hab das gar nicht gewusst, dass Til Schweiger drin ist. Aber ich habe die, ähm, die an, äh, die an Gentleman's, äh, äh, irgendwie so eine, ach, irgend so ein, irgend so ein Inglourious Bustards, schräg, doch in so ein Inglourious Bustards 2 mäßig. Eine, äh, inspirierte Geschichte aus den Tagebüchern von, äh, dem britischen Premierminister, der damals Hitler scheiße fand. Hier, der dicke, der, der hier, äh, ne, du kennst, du weißt mich mal mit dem lustigen Hut und der Zigarre. Moment, wir müssen jetzt ein paar Leute durchgehen, ey, Mann. Weinst du Chamberlain? Äh, 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 nie, warte mal, ich, warte mal, wer war denn der Ding, ich glaube, nee, warte mal, ähm, britische, britische Premier, ähm, 19, äh, 19, 30, wer ist denn, äh, 19, 4, wer ist denn das gewesen? Oh, Mann, gib mir doch einfach, gib mir doch, als Churchill war's, natürlich nicht Chamberlain, was bist du denn? Churchill, Digga. Winston Churchill, der im Rollstuhl. Winston Churchill, nee, der ist doch nicht im Rollstuhl gewesen. Doch, oder? Winston Churchill, ist der mit dem lustigen Hut? Winston Churchill war doch im Rollstuhl, oder nicht? Nein, Winston Churchill, du meinst Wolfgang Schäuble. Karl, du meinst Wolfgang Schäuble, aber der ist doch kein Briter. Der war im späteren Leben im Rollstuhl, nevermind, so ist es, ja, nevermind, we're not loose. Du meinst doch nicht Winston Churchill, also auf jeden Fall hab ich den Film gesehen und da war Til Schweiger, ein Bösewicht. Das Einzige, was mich... Til Schweiger war ein Bösewicht? Ja, es war so ein, ich weiß nicht, wie der Film hieß, es ist auf jeden Fall eine aktuelle Nummer, wo ich bin doch, ich bin doch wieder Pirat. Ich seh doch das alles, wenn's rauskommt. Ja, 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 ja. Ich bin doch wieder Pirat. Ich auch. Und ich hab doch, ich hab das gesehen und das war in HD und ich so, na klar, ab ins Meer, ab ins Meer, ich hab die Segel gesetzt und hab ein bisschen mehr reingezogen. Und wie war der Film, war gut? Der Film war sehr gut, weil es darum ging, Nazis zu töten. Und ich hab natürlich dann, also das war wundervoll... Ist das der mit diesem Schiff? Mit dieser, mit dieser Truppe auf dem Schiff? Ja, genau, genau, die Truppe auf diesem Siegerschiff. Wollte ich auch schon gucken, ja. Der ist geil. Und da spielt Til Schweiger eine Rolle. Ah, ein Deutschen. Aber das ist nicht so schlimm, weil er einen Hurensohn spielt. Er spielt einen Deutschen. Oder perfekte Besetzung, er spielt einen Deutschen auch. Ich hab nur diese Stelle gesehen, wo die von der, von dem, von dem Nazi-Boot kontrolliert werden. Und alle Nazis töten. Und dann einfach alle, alle niedergeschossen werden, alle. Und da dachte ich mir, das ist genau mein Film. Ja, das ist genau mein Film. Ist ein antifaschistischer, ist ein antifaschistischer Provergunner-Film. Ja, find ich aber auch gut. Da muss man auch nicht so historisch akkurat sein. Bei Inglourious Bastards find ich's auch nicht so geil. Ich fand, bei Enemy at the Gates, ne, da musst du, da darfst du nicht mit mir Enemy at the Gates gucken. Wenn da, wenn da die, die Offiziere und Stabs, und Stabschefs der Roten Armee die eigenen Soldaten erschießen beim Zurücklaufen, dann steh ich da und wie, das ist nie passiert, so ist das nie passiert, das ist doch Spaß denn. Wo kommen wir nicht mehr hin, wenn sowas wie gut ist. Aber wenn ich sehe, wie Inglourious Bastards, der Bären-Jude, Nazis mit dem Baseballschläger gibt. Es gibt, glaube ich, keine most satisfying Situation, als der Bären-Jude das erste Mal mit seinem Bären-Juden-Baseballschläger aus amerikanisch wertiger Produktion dem Nazi-Offizier die Besinnungslosigkeit in seine Schläfe drückt. Und dann das erste Mal und das zweite Mal, bis er nur noch ein Haufen Klump ist. Also das ist wirklich sehr satisfying. Das war sehr satisfying. Am Anfang ein bisschen schockierend, weil du denkst, okay, die werden ja jetzt nicht einfach und dann plump. Der wusste doch gar nicht, was da los ist. Okay, plump. Der war doch gar nicht, der war doch, der war doch, der war doch gar nicht informiert. Das war, fand ich schon, der Bären-Jude ist schon feiner. Und das ist so eine Sondereinheit, die als Fischer oder so getarnt an die Normandie sind. Genau, die als unautorisierte, so auf James-Bond-Basis, bloß eben in einem sehr lauten, nicht so geheim, sondern mehr so, lass uns kurz geheim viele Nazis töten und dann ganz laut. Und das Gute in dem Film ist, dass auch Till Schweiger ein Nazi ist. Also wahrscheinlich nicht weit weg von seiner tatsächlichen Ideologie. Und er in diesem Zusammenhang aber auch rasiert wird. Also er kriegt von so einer versteckten Waffe, Till Schweiger wird in dem Film getötet. Und das war so ein, das war so ein, das ist ein sehr, doch, also ich muss sagen, ich muss sagen, der Film war, also das war tatsächlich sogar gut im Film. Also das hat alles sehr, sehr gut gepasst. Ich bin kein Fan davon, wenn unser Till, wenn unser Till aus Manta Manta getötet wird. Ja, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, die Position fand ich besser, weil ich kurz dachte, oh nein, jetzt ist ja, jetzt ist der wie in Glorious Bastards Teil dieser Truppe. Das wäre ja voll schlimm. Aber nein, er ist einfach, er spielt einfach einen richtig üblen Nazi. Also einen richtig üblen Nazi. Ich habe vor zwei Tagen, habe ich einen ähnlich lustigen Film geguckt, The Death of Stalin. Der ist auf, auf dem irischen Netflix ist der derzeit zu finden. Auf dem deutschen ist er nicht. Ich habe extra geguckt, weil wir, weil wir den in Deutsch gucken wollten. Aber wenn man sowieso in, in See sticht, wie wir es dann auch gemacht haben, um den auf Deutsch zu gucken, dann ist der Tod Stalins ein sehr, der ist natürlich alles andere als historisch akkurat, aber ist sehr witzig. Also ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr witzig. Das klingt ja jetzt sehr wild tatsächlich. Ja, da geht es darum, du musst dir vorstellen, da geht es darum, dass die NKVD, also das komplette Ministerium hinter Stalin, wie die versuchen, die Sowjetunion zu reorganisieren, nachdem Stalin gestorben ist. Und Stalin ist so in den ersten Minuten des Films, lebt er noch und stirbt, pisst sich dann ein, also pisst sich am Boden ein und das ist allein die Stelle, wenn die, wenn die das erste Mal da reinkommen und der Innenminister dann da sich hinkniet und anfängt zu weiden und sagt, nein, Genosse, Stalin. Und dann kniet er in Pisse und steht jetzt schon wieder auf der... Er liegt so unwürdevoll in seinem eigenen Urin, können wir ihn hier rausbrechen. Und er liegt einfach in der Pisse drin, er ist mega witzig. Oh Gott. Mega witzig. Ist natürlich jetzt nicht alles historisch akkurat gemacht, aber trotzdem sehr witzig. Sehr, sehr witzig. The Death of Stalin. Ja. Ähm, die... Warte mal. Achso, ja, apropos. Apropos, äh, witzige, witzige Sache. Äh, wo wir gerade von Filmen gesprochen haben und von, und von Dings. Ich habe für dich etwas, das du vielleicht auch in deinem Stream konsultieren kannst. Ich weiß nicht, ob du dir die Mühe machen willst. Ja. Weil ich glaube, das ist schon... Das ist wieder sowas... Nichts überrascht mich. Äh, ich bin ja viel auf Reddit unterwegs. Ja. Ich bin ja viel auf Reddit unterwegs. Und, ähm, auf meinem Reddit übrigens Grüße an die 2000 Leute, die uns auf Reddit schon begrüßen. Das ist sehr gut. Sehr, sehr cool. Und da wird eine Menge... Da ist sozusagen ein bisschen kontrollierterer Social-Media-Kanal. Ja. Der mal auch ein bisschen was rein... Reinspült. Und mir wurde das hier reingespült. Nämlich ein, ähm, ein Thread eines anderen Reddits, der nicht viel mehr Mitglieder hat. Äh, 3000, glaube ich. Und, ähm, da steht folgende Frage. Und du kannst dich schon lesen. Was erhofft ihr euch von der AfD? Ja. Ich komme in Frieden und zu einer sachlichen Diskussion. Aus meiner Sicht ist die Partei alleine schon durch die vielen rechtsextremen Aussagen nicht wählbar und tragbar. Aber selbst wenn man diese weglässt und sich nur auf den Rest des Parteiprogramms einlässt, wirft uns diese Partei mindestens 20 Jahre zurück. Ja. Klammern, raus aus der EU, zurück zum Markt, Steuern, Spitzenverdiener senken. Daher die Frage. Warum wählt ihr die Partei außer Ausländer raus? Und jetzt kannst du ja mal sagen, jetzt kannst du ja mal, jetzt kannst du ja mal vermuten, was eigentlich alle sagen. Ausländer raus. Ausländer raus, genau. Und jetzt kannst du dir das gerne durchsetzen. Und dann wirst du Sachen sehen wie, ja, ich wähle die, weil 46 Prozent des Bürgergelds wird von Ausländern bezogen. Das sagt schon viel aus. Das sagt sehr viel aus. Ja, das sagt halt vor allen Dingen, sagt vor allen Dingen Folgendes aus, nämlich, dass ein großer Teil von den Leuten halt aus der Ukraine kommen, weil die halt Bürgergeld beziehen dürfen, weil das so geregelt wird. Ja, nicht nur Ukraine. Also ich glaube, ich glaube, der größte Anteil wird ausgemacht von Kriegsflüchtlingen, also Ukraine und Syrien. Ja, ja, genau. Also es ist, es sind besonders natürlich die Ukraine-Geflüchtete, weil die jetzt, ist halt gerade heiß, ne. Also es sind eine Menge Ausländerfeindliche. Warte mal, ich muss sogar gucken. Wie viel sind es denn da? Ausländerfeindliche, ne Ausländer, also sehr viel ausländerfeindliche Kommentare. Also es wird sich wahrscheinlich aufteilen zwischen, also es sind, ähm, es wird sich wahrscheinlich aufteilen zwischen vielen Ukrainern und einer Menge Syrern. 700.000 Ukraine, 500.000 Syrer, ja. Ja, genau. Kriegsgeflüchtete, die, äh, die halt aus, ähm, die sind alle illegal. Ja, Syrien, Afghanistan, Irak und Iran, 837.000, das sind ja genauso Kriegsländer wie die Ukraine. So, und was man, und was man hier sieht, und das möchte ich einfach dazugeben, weil eine sachliche Diskussion, ich finde es erstmal, ich fand es erstmal sehr unterhaltsam, ähm, das zu lesen. Aber, äh, ich kann dir auch noch sagen, liest es, könntest du ja gerne selber durchlesen. Und ich habe das getan, ich habe das durchgelesen, ähm, die Kommentare, das sind an der Zahl, äh, 1209. Ach du Scheiße. Und 1.200 davon sind rechtsextrem. Also, ähm, 1.200 davon, äh, wählen die Ausländer raus. Und, äh, der, ich habe daher die Frage, warum wählt die Partei außer Ausländer raus? Alle wählen die wegen Ausländer raus. Ich muss mal ganz kurz gucken, äh, gucken, da ist was an der Tür, Sekunde, gib mir eine Minute. Mach mal, kein Problem, ich hab, ich hab für, also ich, ich nehme das jetzt einfach mal so mit, weil, ähm, ich, ich würde es jetzt einfach nicht verlinken, wenn ihr bei uns im Reddit seid oder bei mir im Reddit seid, dann könnt ihr das vielleicht, habt ihr vielleicht das auch schon gelesen. Und da muss man sagen, äh, da muss man sagen, dass es wirklich, ähm, neben der, äh, neben der obligatorischen, ja, ich will die aus Protest, weil die da oben, ist das wirklich eine, ähm, ist das wirklich eine Aneinanderkettung von verzweifelten, ungebildeten Trotteln. Also, ich meine, so ungebildet, dass man, dass man in dem Moment einfach sagen kann, ähm, die sind halt, die sind halt bewusst, die sind sich der Sache bewusst, die sind sich der rechtsextremen Gesinnung bewusst, die sind aber deswegen halt auch rechtsextrem. Das muss man einfach sagen, das ist halt keine, das ist halt keine, das ist halt keine Option, ähm, die denken, also da werden auch Dinge gesagt, die, also keine Ahnung, hier steht nur, hier geht's nur um Abschiebungen, hier geht's nur um Migranten, hier geht's nur um Ausländer, hier geht's nur um Asylanten, hier geht's um illegale Migranten, und hier geht's teilweise, hier geht's teilweise auch um die Remigration, die fordern die auch. Also, die wollen, die, die wollen, Zitat, ich lese das einfach mal vor, weil das so ein paar Highlights sind, ähm, äh, die auch hochgewotet werden natürlich, ich erhoffe mir, dass, Zitat, Passdeutsche, die keine Deutsche sein wollen, ihre Staatsbürgerschaft verlieren. Aber er hat doch extra, ich muss ganz kurz, ganz kurz, ne, war schon wieder so ein Politiker, und die sind, also in Irland müsst ihr Folgendes wissen. Die kommen von Tür zu Tür. Ja, 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 ja. Und es gibt zwei Sachen, es gibt, äh, es gibt die, die Labour Party, das sind quasi rote, und dann gibt's die Kommunisten, und die sind quasi nicht existent. Und alle anderen sind Ausländer raus. Also legit, das ist Irland, politische Landschaft in Irland. Nicht schlimm, also nicht, nicht schön, willst du nichts damit zu tun haben, weil ich lebe so am Ende der Welt, dass ich hiervon nicht viel mitbekomme, die sind ja wegen ganz anderen Sachen da. Ja, aber ich schick die einfach alle weg und sag, hallo, ja, nee, also, Englisch spreche ich nicht. I don't speak a good English. I'm not, äh, I can't vote. Ja, ja. I, I cannot devote. I cannot devote. Ja. Haben die nicht extra gesagt, außer Ausländer raus, und wenn ich jetzt hier so durchscrolle, steht hier alles, ich will Abschiebung, Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, jeden Tag, also, es ist alles Ausländer raus hier. Ja, ja. Ein paar wollen den öffentlichen Rundfunk abschaffen, natürlich. Ähm, also, es ist eigentlich, ähm, also, ich, wir verlinken das jetzt nicht, aber für die Leute, die, äh, die den Weg zu Reddit finden und den vielleicht auch schon mal gelesen haben, ähm, die können sich ein, einvernehmlich diesbezüglich hinsetzen und sagen, okay, äh, es ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Leute halt rechtsextrem sind, wenn sie eine rechtsextreme Partei wählen, in denen sie in vollem Umfang ihrer geistigen Fähigkeiten, auch wenn die nicht besonders viel sind, ähm, einfach wissen, ey, okay, okay, ähm, Äh, ja, das Rechtsextreme halt. Und das ist richtig, also, das ist richtig, richtig, richtig wild und sehr bezeichnend. Also, wirklich sehr bezeichnend. Ja. Besonders im Kontext der, und ja, du sagst sehr, sehr dumm, aber besonders im Kontext der Situation, dass die Person, die das hier gepostet hat, einfach auch schreibt, warum wählt ihr die Partei außer Ausländer raus? Ja. Und da wird halt sich wirklich sehr schwer getan mit. Hier ist einer, der sagt, der, 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 der sagt, ähm, er ist, die ganzen anderen sind wischiwaschi und er wählt die schon seit Gründung, ähm, und hier, hier, hier jetzt seine Analyse, warum er das Ganze wählt, ne, inhaltlich. Es gibt sehr, sehr viele phänomenale Punkte, schreibt er. Vereinfachtes Steuersystem. Punkt eins. Niedrigere Steuern. Ja, für wen ist die Frage, ne? Weniger, aber dafür harte Gesetze, das stimmt auch nicht. Fette Kredite fürs Kinderzeugen, auch das stimmt nicht. Positives Bild von Familie und deutscher Kultur, ja gut, das kann man stehen lassen. Direkte Volksabstimmung, haben sie auch drin stehen. Abschiebung von... Volksabstimmung? Ja, die haben Volksabstimmung im Programm stehen. Ach, sind die dumm, Digga. Im Programm stehen, dass sie, dass sie Kernentscheidungen folglich in, in, in mehr Volksabstimmung packen wollen. Aber da steht nichts Konkretes dazu drin. Das ist halt so ein klassisches, ey, die AfD-Programme sind doch seit immer nur irgendwie FDP-Wirtschaftsteil kopiert in noch blöder und dann den Rest irgendwie nur so auf so populistische Schlagwörter reduziert. Also im AfD-Parteiprogramm steht so Volksabstimmung quasi drin. Volksabstimmungen sind gut, weil das Wort Volk ist da drin. Das steht da drin eigentlich, so. Abschiebung von kriminellen Ausländern, Rückdrängung des Islams, außer der Außenpolitik und teilweise mangelndem Verständnis für Digitalisierung sehe ich mich da super vertreten. Ja, du hast jetzt nichts genannt, was irgendwie konkret wäre, außer Ausländer raus. Und das steht da ja da oben. Also ist das quasi, ist das ein weiterer Beweis dafür, dass die AfD einfach eine Ausländer-Raus-Partei ist? Ja, ne? Naja, darum geht es ja am Kern. Das ist ja der Catch daran. Und nicht nur der Catch daran, sondern das ist einfach, nochmal, das ist einfach, ich hab's gerade geschrieben, ich hab mir gerade die Zeit genommen und den Kommentar in unser Reddit reingeballert. Absoluter Beleg dafür, dass Rechtsextreme hier Rechtsextreme wählen. So, das ist halt, ja, okay. Ich will halt mein rechtsextremes Narrativ von Ausländer raus irgendwo vertreten sehen. Und das, was die, und das muss man dazu sagen, und das, was die CDU mir bietet, was schon ziemlich sehr Ausländer raus ist, reicht mir nicht. Also, das, das geht halt weit darüber hinaus. Du kannst ja, du kannst, man kann ja sich heutzutage, kann man ja, heutzutage kann man sich ja mit, in der Mitte der Gesellschaft bezeichnen und trotzdem fremdenfeindlich sein. Man muss nur die CDU wählen. So, dann hast du eine konservative rechte Partei, die nicht, oder die Grünen, oder die SPD. Oder die SPD. Also, du kannst einfach, du kannst einfach, du kannst einfach, theoretisch könntest du, trotz, obwohl du mit der Ampelregierung nicht einverstanden bist, dann ziemlich großen Ausländer raus Konsens erwirken. Ja, der ist nicht, der, der ist nicht hundert Prozent auf, auf Basis von allem, ne, das ist ganz klar. Aber das ist, es ist zumindest eine, es ist zumindest eine Möglichkeit, das zu machen. Und wenn du in der Opposition bist und dann CDU wählst, dann kannst du sagen, Alter, ich, ich sehe meine fremdenfeindlichen Ideen hier schon sehr gut vertreten. Und das ist das Ding, die, die werden da schon sehr gut vertreten, aber denen ist das nicht genug. Die wollen, dass die verschwinden. Und ich meine, umbiegen und brechen. Hier ist ein schöner Kommentar, äh, den ich gefunden habe. Ja, schwierig, aber warte mal, ich werde den Screenshotten, weil wenn man drüber spricht, ist das eben ein weiterer Punkt, der quasi genau das zeigt, was wir so den Leuten versuchen immer zu sagen. Äh, ich screenshote, ich capture die einfach ein Stück rein. Äh, ja, schwierig, ich glaube, ich wähle sie nicht mehr. Bin zwar ein Feind illegaler und von Armutsmigration, aber auch komplett gegen den Pro-Russland-Kurs, wird wohl eher CSU werden. Das, das ist auch, das passt. Ja. Ja. Weil rein vom Ausländer raus Anteil ist die CDU-CSU mittlerweile auf AfD-Niveau. Ja. Also von den, also natürlich, ey, Entschuldigung, das kann jetzt wieder missverstanden werden. Die AfD, das ist schon eine Partei voller Nazis. Ne, also die, die Leute in der AfD, das ist schon mal eine ganz andere Nummer und Hausnummer als in der CDU. Ich spreche hier von den reinen Inhalten der jeweiligen Parteiprogramme. Und in den Parteiprogrammen ist der Ausländer raus Anteil bei AfD und CDU-CSU quasi gleich. Also kein großer Unterschied. Es ist, sagen wir mal so, eher, also es ist aufgrund der politischen, es ist aufgrund der politischen Entwicklung, vollkommen, also es ist ohne Probleme möglich, fremdenfeindlich zu sein, ohne rechtsextrem zu sein. Und das ist, also man, das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich. Auch in meiner war ich, ich sage das zähneknirschend, aber es ist wichtig, die Differenzierung zwischen der CDU und der AfD irgendwie noch zu machen. Das ist wichtig für mich, weil das eine ist eine Partei, die nicht vom Verfassungsschutz als jetzt gerichtlich rechtsextremer Verdachtsfall geführt wird bundesweit. Und das andere ist halt die CDU. Das ist halt, da muss man differenzieren, denke ich. Auch wenn ich ein Problem habe mit CDU-Politik, das will ich ganz klar dazu sagen. Ich würde die auch nicht wählen. Für mich ist das auch eine Partei, die auf keine Kuhhaut geht, aber eben nicht rechtsextrem. Und wenn du kein Rechtsextremer bist, aber trotzdem ein bisschen Ausländer raus willst, oder ein bisschen mehr Ausländer raus willst, dann kannst du halt, dann kannst du halt wirklich, und das muss man jetzt, als muss man einfach mal so sagen, du kannst halt mit gutem Gewissen die CDU wählen. So, und wenn du auch Bock hast, dass die Atomkraft zurückbekommt, weil das steht alles in Atomkraft, also ich wünschte, es wäre nicht so, aber das Grundsatzprogramm beim Parteitag hat jetzt halt wieder entschieden, dass die sich für Atomkraft aussetzt. Also das ist wirklich, wenn du ein rückwärts gerichteter, konservativer Trottel bist, von dem, aber der immer noch Demokrat ist, den ich aber trotzdem für Trottel halte, dann kannst du CDU wählen. Let's go. Kein Problem. Kein Problem. Aber das hier ist das eben nicht. Und das ist das nicht, weil die wollen rechtsextreme Politik. Und deswegen sind das Rechtsextreme. Ja, du darfst, das Ding, also der Satz, den du gesagt hast, der wahrscheinlich so ein bisschen Zähneknirschen bei allen hervorruft, ist aber eine sehr, sehr korrekte Analyse. Auch in meiner Wahrnehmung. Also wir haben in Deutschland ein unfassbares Potenzial an Menschen mit ausländerfeindlichem Gedankengut in sich. Und dieser Anteil, dieser große Anteil von Menschen, der kann entweder stillgehalten werden durch eben Salonfähigkeit von Menschenrechten und von Solidarität oder du kannst den mobilisieren, indem du ausländerfeindlichkeitssalonfähig machst. Und dann heißt das nicht, dass diese Menschen rechtsextrem sind, weil das sind sie nicht. Die haben kein geschlossenes Bild von irgendwas. Die sind komplett verdrossen. Die versuchen Probleme in ihrer kleinen Matschbirne mit den einfachsten Schritten zu lösen. Und dazu gehört Ausländer raus nun mal dazu, wenn es so im Mainstream in Anführungsstrichen angekommen ist, was ja der Fall ist. Und derzeit sind wir an einem Punkt, wo Rechte und Rechtsextreme, wo Rechtsextremisten teilweise in der AfD genau dieses Narrativ nach vorne preschen können und ein Großteil der Gesellschaft ihre Ausländerfeindlichkeit offen zeigen kann. Das macht die nicht zu Rechtsextrem, das macht die jetzt nicht zu Nazis, aber am Ende des Tages muss man sich fragen, ist das jetzt gut oder ist es egal? Und mir ist es egal, weil, naja, schaut euch mal an, was wir für eine Regierung kriegen werden 2025. Eine Koalition aus, also im besten Fall eine große Koalition, im schlimmsten Fall, schwarz-gelb wird es wahrscheinlich nicht werden. Ich glaube, so groß wird die CDU nicht werden und da ist die FDP dann auch zu klein für. Aber eine große Koalition könnte das beste Szenario werden, je nachdem, wie sehr die Brandmauer nach der Landtagswahl in Thüringen, Sachsen und Brandenburg dann irgendwie noch steht. Ja, also wenn jetzt nicht diese insane Ablehnung gegen die Grünen vorhanden wäre, würde ich fast GroKo plus Grün sagen. Weil wir haben jetzt mit AfD und mit BSW, je nachdem, wie demagogisch das Ganze noch wird in den nächsten Jahren, im nächsten Jahr, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir halt wirklich keine Zwei-Parteien-Regierung hinbekommen, weil da einfach zu viel Clusterfuck überall ist, weißt du? Ja, 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 ja. Viel zu viel Klasse. Wir stellen mir vor, wenn irgendwie AfD bei 20% landet oder bei 15% und dann Bündnis Sarah Wagenknecht so bei 7, 8%, aber sowas willst du dann, wo willst du dann noch hin? Also wie willst du dann eine Regierung bilden? Ja. Das wird schon sehr, sehr unangenehm. Apropos, wie willst du eine Regierung wählen? Ich habe gesehen, du hast auch Wahl-O-Maten gemacht, aber ich habe mir noch nicht angeguckt, was bei dir rausgekommen ist. Achso, ja, ich habe nicht nur Wahl-O-Maten, ich habe auch den Wahl-Swiper gemacht. Ja, habe ich auch gemacht. Also da gibt es ja immer beide. Genau, da gibt es ähnlich, sehr, sehr ähnlich. Ich finde Wahl-Swiper aber besser. Ist für Jüngere. Und das ist auch erklärt, muss man sagen. Das hat der Vorteil vom Wahl-Swiper, ist einfach unter großer Empfehlung auch Grüße raus an das Team, das das macht. Das ist das, was dem Wahl-O-Maten ein bisschen fehlt, Erklärungen zu fragen. Einfach mal Fragen erklären, weil manchmal hat man so Aussagen somit von wegen, ja, das Europaparlament soll kleiner werden. Okay, da stehe ich jetzt erstmal, wenn du nicht genau weißt, wieso und was das Problem ist und was der Hintergrund von solchen Sachen ist, dann kannst du das nicht groß ersetzen. Oder ja, es soll keine Einstimmigkeit mehr geben, sondern es soll ein Mehrheitsvotum geben im Europaparlament. Und du denkst so, okay, aber warum, warum? Und wenn du da Erklärungen zu hast, beispielsweise, dass man sagt, ja gut, wir wollen halt mehr schnellere Lösungen haben und wir wollen nicht mehr, dass Viktor Orban uns blockiert. So, dann sagst du, na gut, das klingt doch schon wieder nützlich. Darum, großes Dank an das Wahl-Swiper-Team, das die Fragen mit erklärt und die allgemeinen Konzepte, das so ein bisschen mehr jüngere Leute anspricht und Feedback und Kritik an das Wahl-O-Maten-Team. Und bitte, bitte, das nächste Mal sowas. Bitte schafft, wenn ihr es schaffen würdet, Erklärungen oder kleine Sätze zu den Fragen zu schreiben. Also nicht beeinflussen, sondern einfach nur zu sagen, was ist denn der aktuelle, das ist denn die Debatte darum, was ist denn die zweiseitige Debatte darum in der europäischen Politik, die diese Frage betrifft. Dann kann man Fragen auch besser beantworten. Weil wenn du, also es ist, also es sorgt dafür, ich meine, hier kommt meine, warum die das beim Wahl-O-Maten nicht machen. Die Fragen sind meistens nicht erklärt, weil egal, welche Antwort du gibst, die im ersten Moment logische schiebt dich nach links. Deswegen ist mir das egal, ob das erklärt wird oder nicht. Also du landest, wenn du so rein von einem normalen Menschenverstand abstimmst, landest du am Ende bei Volt. Weil Volt das, die wählen ja ihre Antworten genau so aus, dass das dabei rauskommt. Und wenn man, und wirkliches Problem wird es nur, wenn du dich ein bisschen auskennst mit Politik. Zum Beispiel die Frage, aber wenn du dich auskennst, dann weißt du auch, was derzeit debattiert wird. Also weiß ich auch nicht, ob man dafür jetzt Erklärungen braucht. Erklärungen schaden nie, aber ist jetzt nicht so hoch auf der Agenda. Die Frage mit den Steuern zum Beispiel, sollte die EU Steuern erheben können? Da ist im ersten Moment, denkt man sich natürlich, ja, das ist eine geile Idee, weil Finanztransaktionssteuer und europaweite Kapitalertragssteuer oder Vermögensteuer oder so. Naja, in Wirklichkeit wollen die einfach nur irgendwie Militär finanzieren und wollen dann, keine Ahnung, eine Europamehrwertsteuer wahrscheinlich auf den Markt werfen. Das ist dann wieder nicht so cool. Ja, das ist auch etwas, aber ich glaube, selbst die Erklärung dazu beim Wahlswiper, also um das mal aufzugreifen, war nicht so, dass man da eine eindeutige Antwort zu geben konnte. Also das fand ich auch eine, da war ich eine, da war ich, das war glaube ich eine Frage, die ich einfach nicht, da stand ich immer dazwischen. Da habe ich mir dann immer angeguckt, was die jeweiligen Parteien gesagt haben. Also da habe ich einfach die Antwort geschaut. Ja, du bist aber auch ein schlauer Mensch, Alter, das darfst du ja auch nicht vergessen. Und interessiert und du hast Zeit. Naja, aber ich habe ja Zeit auch mit anderen Leuten das zu machen, deswegen finde ich sowas nicht so wild. Also weil du gefragt hast, was bei mir rausgekommen ist. Drei Parteien sind bei mir rausgekommen, natürlich Volt. Überall. Dann die Piratenpartei und die Tierschutzpartei. Ja. Und ich tendiere aktuell zur Piratenpartei, weil die in vielen, also gerade im Gesundheitsaspekt, die haben ja, da gibt es ja die Frage, ich weiß nicht, ob die hat es, ich glaube, man hat immer dieselben Fragen, ne? Ja, die Frage zum europäischen Gesundheitssystem, also dieser Karteikartenweitergabe. Und den einzigen Kritikpunkt, den ich hatte, den die vielen einfach nicht aufgenommen haben, war die Datenschutzsituation. Also wie stellt man sicher, dass so ein europäisches Karteikartensystem mit Daten aus ganz Europa zum Gesundheitswesen, dass das nicht abgezapft wird und eventuell missbräuchlich verwendet. Und da fand ich die Antwort von den Piraten sehr, sehr gut, weil die einen Fokus auf Datenschutz gelegt haben. Ähm, dann haben die eine, ähm, sehr stabile Position zur Ukraine gehabt, die mir gefallen hat. Und den, äh, das sind so Kernschwerpunkte, die ich jetzt einfach mal nenne, ja. Und, äh, ansonsten, die sind mir natürlich in Erinnerung geblieben mit dem Julia-Reda, glaube ich, Moment, dass sie irgendwie ein Problem hatten, das weiß ich auch noch. Aber für mich ist das so lange her, dass ich glaube, dass man da jetzt nicht zwangsweise drauf sich festsetzen muss. Also zum jetzigen Zeitpunkt ist die Piratenpartei für mich. Ja, Piratenpartei ist, glaube ich, mal, Sebastian kenne ich, ja. Der hat ja mal den Vorsitz gemacht, äh, von den Piraten in Deutschland. Und das ist eigentlich ein echt vernünftiger Typ. Ähm, mir, mir selbst, mir persönlich sind die halt wirtschaftlich zu liberal. Aber das ist, das hat auch mal was mit Fokus zu tun, ne. Ich glaube, wenn man sich so eher auf Soziale konzentriert und wenn einem das Ganze Digitale wichtig ist, ist, also wenn du so ein... Ist auch, ne, das ist, das Ding ist, wie, äh, also wie sozial kann deine Politik auf Europaebene werden, ne. Also das ist so, das ist halt, ich glaube, Sozialpolitik, ähm, darum habe ich auch kein Problem mit diesem liberalen Volt, mit dieser liberalen, der Markt ist frei Volt Situation, weil das Sozialpolitische ist für mich eine nationale Abhandlung. Also, das, das, ich weiß nicht, das muss irgendwie auf nationaler Ebene passieren. Also, zwangsweise muss es nicht, natürlich, aber ich, ich sehe es zumindest in meiner Wahrnehmung so, dass sozialere, oder so, Abstimmungen zu sozialen politischen Entscheidungen besonders auf nationaler Ebene irgendwie am meisten Sinn machen. Ja, ja, ähm, das, äh, die, der bürokratische Aufwand da auf EU-Ebene irgendwas zu, zu packen, wäre derzeit noch echt wild, ne. Echt crazy. Wer, 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 wer verrückt. Ich fand beim derzeitigen, ich fand, dass diesjährige Wahl-O-Maten, also die derzeitigen Fragen sind halt alle symbolpolitisch. Das ist, das ist teilweise wirklich schrecklich für mich gewesen. Also, und vor allem, vor allem lenkt das, lenkt das Leute immer in so eine Richtung, wo man nicht sein möchte. Und ich glaube, das ist gewollt. Also, zum Beispiel die Frage nach dem EU-Beitritt von der Ukraine, ne. Erinnerst du dich an die? Also, ja, ja, erinnere ich mich dran und fand ich auch ein bisschen weird, weil natürlich sind wir für den EU-Beitritt der Ukraine, aber eben genau unter den Rahmenbedingungen, in denen das stattfinden muss. Das stellt auch niemand, also das, das habe ich auch nicht verstanden. Ja, und alle, so, weißt du, so die, die Frage, Volt hat das beantwortet mit, ja, wir wollen die Ukraine in der EU haben, Punkt. So, weil das halt so die Antwort ist, die jeder gibt, der, der einen, der einen, der einen Menschenverstand hat. So, natürlich wollen wir die Ukraine in der EU haben. So, alle Menschen wollen alle Menschen in einem Völkerverbund haben, wo wir uns dann gegenseitig alle Sicherheit gewährleisten und uns den Pimmelmann polieren. Das ist geil. Aber die, realistisch gesehen, kann die Ukraine sowieso erst nach Beendung dieses Konflikts und dann danach nochmal 10, 15 Jahre locker. Also, warum wird das 2024 besprochen, ne? Es sei denn, du willst der Ukraine schaden, weil ganz ehrlich, wenn du, wenn du, wenn du jetzt, wenn, sagen wir mal, rein hypothetisch, der Konflikt, der Konflikt, und du weißt das, mein Freund, weil jetzt kommt nämlich die rote Gefahr. Jetzt kommt die rote Gefahr. Die rote Gefahr. Da kommst du nämlich her aus der DDR, ne? Du weißt ja, du weißt ja, ähm, ähm, gehen wir rein hypothetisch davon aus, dass der, dass Putin morgen aufhören würde und sagen würde, ne, weißt du was, hab ich keinen Bock mehr drauf. Und dann ist es vorbei mit Krieg. Oder Putin fällt aus dem Fenster. Oder fällt aus dem Fenster und auch die 17 Leute, die hinter ihm stehen und einfach noch das Ganze noch radikaler weiterführen würden. Und auch die fallen alle auch aus dem Fenster. Und am Ende hast du dann so ein Jelzin da sitzen oder so ein Gorbatschow, die ja eigentlich ganz vernünftig gewesen sind. So ein Besowski. Ja, so ein Besowski ist halt, ne, mit so, mit so einem fleckigen Birnen. Und die sagen dann so, ne, komm, haben wir echt keinen Bock mehr drauf, ziehen wir zurück die Truppen. Und dann hast du die Ukraine und würdest die sofort in die EU aufnehmen. Gerade als Ostdeutscher solltest du wissen, was dann mit der, mit der, mit der ukrainischen Volks, äh, oder, oder, ja, Volkswirtschaft passiert. Ja, das ist nicht so gut. Dieses Land, man hat das in, in den EU, für den EU Binnenmarkt zu öffnen, würde halt sagen, okay, Ukraine. Aber ich würde es nicht mehr lange geben. Das ist halt, aber das ist etwas, das, also das ist für mich etwas, naja gut, ich will nicht sagen, dass ich das weiß. Aber ich habe schon eher damit gerechnet, dass wir bei der Debatte eher darum sprechen, hey, äh, natürlich wollen wir die, die, die Ukraine in der EU haben. Darauf zieht die EU ja auch hinaus, auf der, auf der Ausweitung des Bündnisses und des Wirtschaftspaktes und der Freihandelszone und des, äh, Freihandels, also allem dazu. Und der, weißt du, allem, allem, einfach des Roamings und was es alles gibt, das, darauf zieht die EU ja ab, aber nur unter der Voraussetzung, der Erfüllung der Voraussetzung dafür. Also das ist, das ist sehr, sehr kompliziert und, ähm, wenn das eben nicht gemacht wird oder wenn das eben überstürzt gemacht wird, dann kannst du das halt vergessen. Das funktioniert dann nicht. Es ist schon sehr, sehr wichtig, dass da Rahmenbedingungen festgelegt werden, die der Verbund halt auch vorgegeben hat. Und genau so wird es diese Rahmenbedingungen auch für die Ukraine geben. Das wird nicht ausgesetzt werden. Geben müssen, weil du schadest damit sonst der Ukraine. Das ist ja das Problem, oder? Ja, also du schadest auch dem gesamten Verbund, weil wenn du der Ukraine damit schadest und du siehst, dass es scheitert, ein Land aufzunehmen und das dann irgendwie durch wirtschaftliche und, äh, strukturelle Probleme dann einfach in sich, sich auflöst, dann schadest du auch dem Verbund. Dann schadest du allen, die das, die, dann, dann werden andere Länder und Nationen, die eventuell darüber nachdenken, mit aufgenommen zu werden, sagen, nee, lieber nicht. Absolut. Oder, das, und, und du förderst halt so eine, du förderst eh schon eine gefährliche, ich trete aus Mentalität, die glücklicherweise durch den Brexit ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, weil die Leute gesehen haben, ach du Scheiße, was haben die denn angerichtet? Ja, also bei mir war, bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir war, äh, bei mir war alles auf Kyrillisch, ne, also der Wahl-O-Mat, äh, da war, ich hab, ich hab, glaub ich, äh, MLPD, KPD und Linke vorne gehabt. Und ich hab mich aber nicht, ich hab mich aber bei, bei, also DKP, das sind ja wirklich Putin-Cocksucker, ne, also die haben ja wirklich in ihrem Programm drinstehen, diese gesamte Rotromantik und alles, was von Russland kommt und dem Westen schadet, ist gut. Und da, also da bin ich ja überhaupt nicht auf Linie, ne, ähm, ich fand auch sehr viele dieser Kriegsfragen ein bisschen, ein bisschen schwierig für mich, weil sie mich in so eine General, äh, Position hinein haben, manövrieren lassen. Und ich persönlich, ich persönlich habe aber eine kontroverse Meinung zu diesem ganzen Ukraine-Support- und Waffenlieferungen-Ding, weil, ich, und ich will dir das kurz erklären, weil ich glaube, dass, dass, wenn man das erklärt bekommt, in einem Satz, dann ist das nicht mehr so, hört sich das nicht mehr so nach Putin-Kocksacken an. Weil ich denke mir, was derzeit passiert, die letzten Jahre, ist so ein bisschen diesen Konflikt am Leben halten. Also, du hältst die, du hältst die Frontlinie da, wo sie ist, du gibst der Ukraine gerade genauso viel, wie sie benötigen, um nicht komplett zu kollapsen, aber du gibst ihnen nicht ausreichend, um irgendwelche signifikanten Gegenschläge anzustellen. Und für mich gibt es bei dieser Frage der Konfliktlösung eigentlich eine große Prämisse, und zwar, der Krieg muss enden. Das muss enden. Da sterben viel zu viele Leute, viel zu viel Leid, und wir müssen das irgendwie beenden. Entweder, ich glaube, an eine diplomatische Lösung, oder aber, ich schließe eine diplomatische aus und muss dann militärische Lösungen herbeiführen. Und das würde bedeuten, dass wir eben nicht dieses Wischi-Waschi-Waffen-Liefern machen, sondern dass wir uns nach Macron entweder selbst einmischen, oder denen so viel vor die Birne knallen, dass die halt selber zu einer Gegenoffensive starten können. Also, Putin muss aufgehalten werden, diplomatisch oder militärisch. Und nicht dieses, wir lassen das noch weiterlaufen und schaffen keine klare Lösung, und alles, was wir damit erreichen, ist, dass Rheinmetall eben gesicherte Einnahmen hat. Ja, verstehe ich. Die diplomatische Lösung schließt sich halt selbst aus, aufgrund der Situation in Russland und Putin. Also, wenn es eine diplomatische Lösung geben würde, dann hätte sie schon funktioniert. Das Problem ist, dass die Voraussetzung dafür ist wahrscheinlich, dass ukrainisches Land in russische Hände fällt. Und das ist keine diplomatische Lösung. Die einzige diplomatische Lösung dafür ist zu sagen, hey, wir haben gemerkt, nach einer halben Million gefallenen Leute, das ist übrigens jetzt so die Zahl, also eine halbe Million russische Menschen sind im Rahmen des Angriffskriegs entweder verletzt oder gefallen und außer Gefecht gesetzt worden. Das ist jetzt so die große Zahl, die so im Raum steht. Und es gab ja jetzt auch diesen Nationalfeiertag zum Besiegen des Faschismus wieder. Das wird ja in Russland auch groß gefeiert. Und da war ein T-34-Panzer. Ein T-34-Panzer auf den Paraden, was ein ziemlich bezeichnendes Zustand für das russische Militär ist. Und diese diplomatische Lösung hängt ja davon ab, dass jemand auf der anderen Seite gewollt ist, Diplomatie anzuwenden. Oder gezwungen. Deutschland hat auch unterschrieben, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und diese Situation ist folgendermaßen, das sieht jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht aus, weil man Russland noch nicht dazu zwingen kann. Um Russland dazu zu zwingen, muss es wohl eine militärische Lösung werden. Und da stimme ich dir zu, dann muss man da reingehen. Richtig reingehen. Und da bin ich, ich bin aber auch für Waffenlieferungen und ich bin aber auch, ich sehe aber auch nicht, dass das wenig ist. Denn das, was jetzt aus Amerika kommt, dieser 63 Milliarden Dollar, oder das ist, das ist, also das ist, ich hatte das letztens gelesen, wie viel das ist. Das ist, das ist, glaube ich, mehr, mehr als bis jetzt zusammen irgendwie in die Ukraine gepumpt wurde. Also das ist so viel Geld jetzt, das da kommt, um Material und oder sich materialisiert an der ukrainischen Front, dass wir sehen werden, wie sich das jetzt halt verändert. Und gestern erst habe ich gesehen, dass es irgendwie der Tag war, das ist natürlich alles aus ukrainischen Berichterstattungen, die russischen melden sich dazu nicht. Gestern war irgendwie der Tag, oder vor zwei Tagen war der Tag, wo Russland irgendwie am meisten Leute an der russischen Front oder an der ukrainisch-russischen Front verloren hat, mit irgendwie 1500 Menschen. Zum Vergleich, bei D-Day, als Amerika an den Normandie gelandet ist, sind 2500 Leute gefallen. Ja, so, und mit gefallen meine ich verletzt und getötet. Man muss das immer dazusehen, also ausgeschaltet. Wow, nee, 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 die D-Day waren viel mehr. 15.000, glaube ich. Also ich glaube an der Normandie, nur an der Normandie, also man muss, das ist ja eine so große Operation, glaube ich waren es 2500. Ich kann mich jetzt aber für die Geschichtsexperten, bitte korriert mich, das ist jetzt, da fische ich jetzt mit der Alliierten. US-Amerikaner, Briten, Kanadier, Polen und Franzosen, 4.400 Tote und Deutsche, Verwundete und Gefallene, 9.000 bis 12.000. Also bin ich wahrscheinlich nicht so weit weg mit den amerikanischen Gefallenen von 2500. Also da geht es halt nur um diese amerikanische Sache. Ja, okay, ja, 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 wenn es nur Amerikaner, dann ja, aber ich bin ja blöd, Entschuldigung, vergessen, wer sie in Westen sind, die anderen Toten zählen ja gar nicht. Ja, genau. 2500 amerikanisch. Besonders, wenn es, besonders, wenn es Nazis sind. Besonders, wenn es Nazis sind. Also diese... Ja, die Nazis habe ich auch nicht mitgezählt, ne, bitte rest in Pist, Freunde. Kann auch ein Verwandter von mir dabei gewesen sein, ich weiß, der war, Onkel Rudi war, glaube ich, beim D-Day, ne? Onkel Rodi, der wieder zu viel Bier getrunken hat. Aber auf jeden Fall, ich glaube, dass sich mit dieser Gruppe, mit dieser Geldsumme, die sich da jetzt als Militär Gerät schafft, manifestiert an der Front, das ist krass. Das ist natürlich erst kürzlich passiert und wir werden sehen, wie die Auswirkungen sind, aber grundsätzlich, und da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, Alter, wir haben da schon so oft drüber gesprochen. Der Angriff auf die, der Angriff durch Russland auf die Ukraine hat mein Verhältnis zu Militär und zu Schutzbündnissen und NATO fundamental verändert. Also, allein aufgrund der Tat, also ich bin, Digga, ich bin eine Zecke, ich bin eine linke Zecke, weißt du, ich bin so einer, der irgendwie auch mal darüber nachgedacht hat, dass die NATO aufgelöst werden sollte, weil sie nicht mehr dem zeitgemäßen Werten, der einer vereinten Welt entspricht und Russland vielleicht nicht mehr, dass Russland ist, was es mal war, aber falsch gedacht, falsch gedacht, Russland ist es noch, Russland ist es halt und deswegen, deswegen, ey, NATO ist wichtig, auch eine Europä, auch ein europäisches Militär ist für mich wichtig, wenn ich sehe, dass potenziell Donald Trump wiedergewählt wird und wenn Donald Trump wiedergewählt wird und dem Europa, den das wir kennen, dem Rücken zuwendet und wir mit etwas zu tun haben, dass sowas ist wie Russland und China, dann ist das schlecht, so, dann ist das sehr, sehr schlecht und dann muss man einfach sagen, es scheint wohl doch so zu sein, dass ein Militär existieren muss und dass Militärausschussgaben existieren sollten für den Effekt und für den Fall, dass Russland à la Peter der Große mal wieder Erweiterungsideen hat. Und das scheint ja nicht nur bei Putin so zu sein, das scheint ja auch, du hast es eben gerade gesagt, das scheint wohl auch so ein Führungsstabproblem zu sein. Ja, 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 also nicht vergessen, wenn wir, wenn, wenn, Medvedev und so, und den ganzen, die haben wir alle, wenn wir da, wenn wir da eine Kugel in Putin reinjagen würden, ne, jetzt mal ganz salopp, ne, aus einer gewissen Entfernung, der wird umfallen und der nächste, der da steht, ist im, ist im, im besten Fall genauso radikal, im schlimmsten Fall radikaler. Bisschen, bisschen schlimmer, ja. Ja, aber ich sehe das genauso. Ich habe natürlich noch ein gewisses anderes Verhältnis zur NATO, also zu der, zu diesem insaneen Fokus auf die amerikanische Interessenspolitik und über die Konflikte in der Vergangenheit, die aufgearbeitet werden müssten, aber eine Auflösung der NATO ist eine Katastrophale, wäre eine katastrophale Entscheidung. Ich habe auch noch andere Meinungen, wenn es zum Aufrüsten Europas geht, nicht, weil ich per se gegen eine europäische Armee bin, sondern weil ich die EU derzeit zu intransparent finde. Also da, da ist sehr, die Entscheidungen, die dort getroffen werden, sind für mich eher scheindemokratisch und sehr intransparent und ich weiß nicht, ob man so einer Behörde noch mehr Macht geben sollte in Form von militärischen Mitteln und, und, und anderen Dingen. Ich habe auch bei, bei Fragen wie der, der eigenen Seenotrettung hatte ich so Bauchschmerzen, weißt du? Und das war so simpel, das ist eigentlich so simpel, da ja anzuklicken, aber ich hatte unglaubliche Bauchschmerzen, weil ein Großteil der Seenotrettungen ja nur wegen EU-Geldern überhaupt von Nöten sind, wenn wir so Frontex uns anschauen. Auf Frontex-Basen, ja, ja, ja. Und dann denke ich mir, Moment mal, und jetzt muss ich halt diesen einen Schritt konsequent weiterdenken und mir überlegen, wenn wir die komplette Seenotrettung oder einen Großteil der Seenotrettung in dem öffentlichen Auge, in die Hände der EU geben würden, dann sind die Menschen verloren. Und dann müsste man eher diesen Ansatz wählen, dass die bereits etablierten NGOs endlich legitimiert und weiter finanziell oder endlich mal finanziell unterstützt werden, anstatt da irgendwas Eigenes zu machen. Vor allen Dingen nicht nur entlegitimiert, sondern auf europäischer Ebene entkriminalisiert. Entkriminalisiert, wenn wir über, ja, 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 ey, du sagst es, sorry, du bist irre, aber du sagst es. Da sind halt so viele Fragen, die so ein bisschen, die so ein bisschen diesen Kampf anpeitschen sollen, so nach dem Motto, ey, du hast da was anderes angeklickt und jetzt hauen wir uns den Kopf ein. Und eigentlich sind alle nah beieinander, also sehr nah beieinander. Ich glaube, gerade in so in diesem linken Spektrum sind wir uns alle einig, bis auf so ein paar Verwirrte, die halt tatsächlich Putin irgendwie am Kock sacken. Das Einzige, wirklich das legit Einzige, was mich bei der Linkspartei nervt, ist dieses unfassbar naive, pazifistische, Außenpolitik. Nee, Waffen, also bitte hört auf mit Waffen, Waffen sind böse, böse. Nee, Waffen sind nicht böse, böse, wenn sie auf Faschisten schießen. Wir haben Hitler nicht aufgehalten mit einer WhatsApp und wir werden Putin nicht aufhalten mit einer WhatsApp, weißt du? Absolut korrekt. Wir können uns nicht auf der einen Seite am 8. Mai da hinstellen und der Roten Armee danken, dass sie 26 Millionen Menschen geopfert haben, darunter über 10 Millionen Zivilisten, dafür, dass der Planet von den Nazis befreit wurde und uns dann aber einen Tag später hinstellen und sagen, nee, also Waffen will ich nicht. Was ist denn mit Putin? Putin denkt, er wäre der nächste Zar, Alter. Der versucht sich irgendwie zu manifestieren als eine der großen russischen Persönlichkeiten. Der macht nicht auf Stalin, der macht nicht auf Lenin, der macht auf den Zar. Der möchte das Zarentum wieder haben. Der möchte Peter der Große sein. Der möchte Peter der Große sein. Peter, der sehr kleine, aber eigentlich genauer gesagt. Peter, der klein, pimmelige Große. Der ist der klein, pimmelige Große ist er eigentlich und er muss aufgehalten werden und dann entweder wir schaffen es realistisch mit einem diplomatischen Weg oder wenn irgendwelche Experten sich hinstellen und sagen, ey, Freunde, tut mir leid, aber Diplomatie wird nur funktionieren, wenn wir die an den Tisch schießen. Ja, dann gehören die an den Tisch geschossen, weil alles andere sorgt nämlich für weiteren gesicherten Profit der Waffenkonzerne, die auch nicht privatisiert gehören. Also da bin ich, da muss was gemacht werden. Das ist ja auch ein weiterer Punkt, warum ich gegen das derzeitige Fortlaufen der Waffenlieferungen bin in dem Maße, wie es passiert, weil es darf nicht sein, da bin ich eher so bei Gysi, es darf nicht sein, dass deutsche private Unternehmen sich gesichert über Jahre und Jahrzehnte die Taschen voll machen mit Kriegswaffen. So, das heißt nicht, dass ich gegen Kriegswaffen bin, das heißt nicht, dass ich die NATO abschaffen möchte und das heißt nicht, dass die Ukraine, dass die Ukraine nicht mehr unterstützt werden sollte. Ganz im Gegenteil. Das Ganze muss aus der privaten Hand hin in eine gemeinschaftliche, also in die öffentliche und dann muss die Ukraine so unterstützt werden, dass sie sich die Ukraine zurückholen kann. Dass Putin aufgehalten werden kann. Ja, und es ist auch, es ist auch wichtig aus einem anderen Aspekt, der uns zukünftig beschäftigen wird, nämlich dem drohenden Überfall Chinas auf Taiwan. Das, was hier passiert und das, was in Russland passiert, das, was in der Ukraine passiert, ist ein wichtiges Exemplarbeispiel für das, was geopolitisch in der Zukunft möglich wäre, wenn China versucht, Taiwan zu überfallen und das droht, es ist einfach eine Drohung, ja, das ist eine Xi Jinping ausgesprochene Kuschelbärdrohung, ja. Nur weil der aussieht wie Winnie Pooh, heißt das nicht, dass der, dass der mit seinem liebsten, Lieblingsfreund Timmy am, am Frühstückstisch sitzt und sagt, gib mir mal bitte noch eine Honigwabe. Das ist der, da, da, da werden, das, das, das ist der nächste Konflikt, der nächste riesige Konflikt, der den Weltmarkt erschüttern wird und der die, äh, der die Existenz einer freien Nation in Frage stellen wird, weil die jetzt schon in Frage gestellt wird. Darum ist es umso wichtiger, bei der Putin-Situation jetzt hier richtig Zähne zu zeigen, damit Xi Jinping in seiner kleinen, verträumten, äh, Ein-Parteien- Regierung, ähm, weiß, hey, 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 das könnte uns auch so ergehen. Ja, ey, Xi Jinping, mein Freund, ne, hör doch auf mit dem ganzen Taiwan-Bomben und AI-Granaten und Warplanes machen, konzentrier dich auf das, was du kannst. Eine vernünftige, durchgeplante, erneuerbare Energiewirtschaft, das kannst du. Ne, da bin ich auch all in, dass du nicht, dass du irgendwie, dass mit den Strafzöllen auf, auf, äh, auf Elektroautos aus China, mein lieber Scholli, was ein Schwachsinn. Ey, ich bin dafür, ehrlich gesagt. Ey, ich bin sowas von dagegen. Die deutsche Automobilindustrie soll sich ficken gehen, man. Die komplette europäische Automobilindustrie soll sich ficken gehen. Ey, ich wünschte, ich wünschte, ey, ich, 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 ich verstehe sogar den Ansatz. Das Problem ist halt immer, dass man, ähm, dass man, dass man geopolitisch, oder ich glaube zumindest, aus meiner Position. Ich verstehe den Ansatz vollkommen. Ich wäre auch, ich würde gerne in einer, ich würde gerne in einer Welt leben, in der ich davon ausgehen könnte, dass die fortschrittlichen Technologien, die aus China kommen, erst mal chinesische Technologien sind. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass man das alles ohne Probleme annehmen könnte, ohne zu glauben, dass dieser drohende Überfall für Taiwan kommt. Denn das ist halt das Problem. Eine Abhängigkeit gegenüber Chinas ist eine Abhängigkeit gegenüber Chinas in einem, in einer, in einem potenziellen Moment der Gefahr für ein anderes Land, das dann als Druckmittel gegen dich verwendet wird. Und wir haben das erlebt mit fossilen Brennstoffen und mit Nord Stream 1, Nord Stream 2. Und seit 70 Jahren mit Amerika. Aber das, ja. Ja, aber das ist, das ist eine andere, das ist eine andere, es ist eine andere Abhängigkeit. Und jetzt ist ja die Frage, das ist ja auch etwas, dass man, das ist ja auch etwas, was man, was man in der Zukunft sehen könnte. Das ist übrigens auch etwas, was ich aus diesem Faschistenforum ausgenommen habe. Ja, aber hier die grüne Energie und so einen Scheiß. Alter, die grüne Energie ist eben genau das, ein Garant für Unabhängigkeit, egal in welche Richtung. Bruder, du bist dann unabhängig vom westlichen Partner und du bist unabhängig von autokratisch-diktatorischen Systemen, die dir vielleicht ein bisschen Öl verkaufen wollen. Genau. Und das ist halt das Ding. Das ist halt das Ding. Ja, es gibt Abhängigkeiten, aber es muss doch jetzt nicht noch mehr geben. Und es muss vor allen Dingen nicht noch mehr geben in einem Land, das Konzentrationslager für Uiguren hat. So, das ist halt, alter, ey, ja, aus der Perspektive bin ich dann eher doch für Strafzölle, weil ich mir denke, das ist halt nicht einfach so isoliert zu betrachten. Ja, aber da sind wir, da sind wir isoliert, da sind wir genau an dem Punkt, wo ich auch dann gewesen bin, wo ich auch gesagt habe, also Moment mal, Uigurenlager, sind die irgendwie an der, sind die irgendwie an der Herstellung beteiligt? So, wenn das der Fall ist, sollte man da vielleicht tatsächlich intervenieren? Also, wenn, wenn da irgendwelche Uigurenlager Elektroautos bauen und die dann nach Europa geschickt werden? Naja, sie bauen ja, sie bauen ja tatsächlich sogar Teile für VW und so, das ist ja nachweislich gewesen. Wenn du dich informierst, was die bauen, sind das eigentlich nur westliche Unternehmen, die da, die da vom Arsch, die da richtig von profitieren. Aber, ey, das mal, das mal nicht zur Seite geschoben, aber das mal dahin geschoben, wo es, wo es jetzt erst mal, wo es jetzt erst mal ruhen kann, eine Sekunde, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie sieht es aus mit diesen Einparteienregierungen, wie sieht es aus mit der demokratischen Partizipierung der Leute, mit dem, mit dem, mit dem Status quo und wenn du dir dann die Lobbybewegungen anschaust und die Sanktionen, die dann vorgeschlagen werden, ich halte eine Sanktion für, für die, für die Wirtschaft, die die Zivilbevölkerung trifft, für die falsche. Das ist auch bei Russland der Fall. Und so, ich bin all in für sanktionieren. Ich bin all in dafür, dass wir unsere Macht, die wir haben, nutzen, in Europa und auch mit Amerika zusammen, um, um Werte zu pushen. Ich finde, Werte voran pushen, durch Sanktionen, eine mega geile Geschichte. Ich bin da kein Gegner von. So, es gibt nun mal ein, ein Objektiv besser und schlechter. Und Eugurenlager sind definitiv schlechter. Da sind wir besser in Deutschland. Wir haben keine Lager. Noch nicht. Noch nicht. In Europa könnte man sagen. In Europa. Fast in Gesamteuropa. Ja, ja, kann man sagen. Würde ich sogar mit, würde ich, würde ich d'accord gehen. Wir haben in Europa, ähm, keine von Europäern geführten Lager, die, wo, wo irgendwelche Menschen reingeknallt werden. Noch nicht. Also, also noch nicht. Bevor, also zu, bevor, also noch nicht. Sobald das Ruanda-Modell kommt, dann vielleicht auch schon. Dann vielleicht schon, aber ihr wisst, wohin es läuft, ne. So die, was, was Menschenrechte angeht, ist bei, ist bei autoritären Staaten, autoritäre Staaten können viele Dinge ermöglichen, aber eben auch sehr viele schlechte Dinge. Und solche Menschenlager gehören dazu. Und die, was mit den Euguren geschieht, das, das, das darf nicht weiter ignoriert werden. Die Frage ist nur, wie triffst du die? Und dann musst du dir die Frage stellen, die wir uns auch in Russland gestellt haben und die ich mir in Russland gestellt habe. Welche Sanktionen sind sinnvoll und welche Sanktionen treffen nur die Zivilbevölkerung? Weil Sanktionen gegen die Zivilbevölkerung haben, und das, da können wir in die Geschichte schauen, nie dazu geführt, dass sich gegen das totalitäre Regime gestellt wird. Weil das totalitäre Regime hat die komplette Kontrolle über Medien. So, die haben Medien, die haben Machtmonopol, die haben Gewaltmonopol. Die können die Meinungen lenken. Und Sanktionen gegen Zivilbevölkerung sorgen, und das haben sie auch in Russland dafür gemacht, sorgen für eine weitere Zustimmung von Putin. Weil der sagt, ey, der Westen will euch ficken, guckt euch das an. Der bumst euch und der ist scheiße, tot den Westen. Das ist, deswegen funktioniert Nordkorea. Das ist der einzige Grund, warum Nordkorea so funktioniert, wie es funktioniert. Weil du einen komplett wahnsinnigen Diktator hast, der die Medienlandschaft kontrolliert und der alles auf Amerika schiebt, was ihnen passiert. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, was sind sinnvolle Sanktionen? Und sinnvolle Sanktionen sind für mich alle Sanktionen, die gegen die Oligarchen gehen. Oder gegen Putin selbst, gegen das Militär. Weißt du, das sind sinnvolle Sanktionen. Aber nicht diese Zivilbevölkerungsgeschichte. Das passiert ja auch bei Russland. Das passiert. Das passiert. Das passiert auch bei Russland. Ich glaube, knapp 60 oder über 60 Prozent der Sanktionen gegen Russland betreffen ausschließlich Oligarchen und Militärführende. Und das ist gut. Die Problematik bei China ist halt in dem Moment, besonders wenn man im Kontext dieser Strafzölle sind, du hast halt wenig bis kein anderes Mittel, weil das Problem ist, die harte Subventionierung, also nicht nur die harte Subventionierung des chinesischen Staates, der den Preis halt vorgibt, sondern auch die harte Subventionierung, die sich chinesische Firmen in europäischen Ländern abholen. Also es ist so eine Kombination aus Biden. Deswegen, das apropos Biden, Biden, Joe Biden, wird dahingehend wahrscheinlich auch federführend an der Spitze stehen, was Sanktionen gegenüber chinesischen Produkten entsteht. Also was da teilweise geplant ist an Sanktionierung, das ist um das, das ist, das ist, da reden wir im dreistelligen Prozentbereich, wo einfach sanktioniert wird. Also es wird vollkommen irre, was das ist, also wenn ihr Carmaniac-Fans seid und ihr guckt immer die ganzen chinesischen Propaganda-Videos von ihm, wie er auf einem, wie er auf einem, das muss ich ja überhaupt mal ansprechen, wie er auf einer chinesischen, wie er auf einer chinesischen Elektromesse ist und der darüber herumwundert, wie toll diese chinesischen Autos sind und das alles ein bisschen unkritischer sieht, dann muss ich euch leider die Realität vorhalten, nämlich die Tatsache, das wird niemals, niemals in Europa so ankommen und in westlichen Ländern. Preislich nicht und vor allen Dingen in der, also besonders preislich nicht, das wird sich niemand leisten können. Also Elektrofahrzeuge haben ja allgemein das Stigma oder haben ja allgemein das Problem, dass sie teuer sind. Stimme ich sogar zu, zum großen Teil einfach überteuert. Aber ein chinesisches Modell wird zukünftig einfach unerschwinglich sein. Also mit den Strafzöllen, die da im Umlauf sind, Bruder, vergiss es. Vergiss es. Hier, build your dream, nee, build your Portemonnaie aus, damit du dir ein chinesisches Auto holen kannst. So ein Ding ist das. Das ist, und da jetzt, und da jetzt eine Differenzierung zu betrachten, oder das jetzt, also nicht differenziert zu betrachten, aber das differenziert anzusetzen, boah, ja dann go for it. Also wie, wie löst man denn die erheftigen Subventionierungen der chinesischen Regierung, die künstlich herbeigezogenen Marktdominanz- Tendenzen, die einfach dazu da sind, um genau das hervorzurufen, nämlich um alles, die machen ja den Amazon, Digga, die wollen, die drücken den Preis, Sozialisten können den Kapitalismus besser. Die machen den Preis, um den Markt zu dominieren, egal ob die Verlust oder Gewinn machen. Das spielt keine Rolle, die wollen einfach einen Markt haben. Weil es ein Staat ist. Das sind staatliche Firmen. Weil es ein ganzes Land ist. Und das ist halt etwas, damit, da muss man, da muss man sagen, ja wie, 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 wie willst du das denn da anders machen? Bei diesen verwobenen Subventionierungsstrukturen. Ja, aber ganz ehrlich, das ist ja ein weiterer Indiz dafür, dass die Privatwirtschaft als gescheitert anzusehen ist. Ja, da reden wir jetzt natürlich über was, über was ganz anderes. Aber im Kern, also ich verstehe. Also im Kern ist es doch auch das, was eine Modern Monetary Theory sagt. Also es ist ja scheißegal, wie viele Ausgaben du als Staat machst. Es wird die Wirtschaft nicht beeinflussen. Es ist sogar positiv. So Investitionen auf einer staatlichen Ebene für Produktion, gerade im Sektor erneuerbare Energien oder Zukunft oder Technologie oder so sind immer positiv, immer gut. Ja, China zeigt uns das. So, die machen keinen Gewinn damit, mit dem Scheiß. Also noch nicht. Aber müssen die auch nicht. Juckt die auch gar nicht. Sie können aber auch, das Problem ist, die sind aber auch kein demokratisches Land. Die können es halt auch einfach entscheiden. Oder die können Dekrete rausgeben. Das ist halt anders. Schatz, aber man kriegt direkt Xi Jinping diesen. Das ist halt anders auf Basis der politischen Struktur auch. Die können das halt auch einfach so entscheiden. Die Tatsache, dass die Immobilienblase da semi geplatzt ist und das kaum bis wenig Auswirkungen auf die Wirtschaft hat, ist halt bezeichnend für das, was da abgeht. Das ist halt nicht, da ist halt der freie Markt nicht wirklich da. Es gibt da keinen freien Markt. Es gibt einen, der Markt ist frei. Zumindest sagt das die Einparteienregierung. Nein, der Markt ist kontrolliert. Der Markt ist gesichert. Ja, sicher. Und auch ich bin für eine Absicherung des europäischen Kapitalmarktes. Also, das ist halt in dem Moment ein bisschen, es ist halt anders. Das ist ja wie in der DDR, da ist ja die Immobilienblase auch geplatzt. Ja, hat ja auch gut funktioniert. Aber was hat Iris Schoenegger gesagt? Vorwärts nimmer, nee, rückwärts nimmer, vorwärts immer. Vorwärts immer. Und Immobilienblase geplatzt hat keinen interessiert vorhin. In dem Horten tritt es dem Dach über dem Köp. Naja. Der sozialistische Absicherungs- Das sozialistische Absicherungs- Der antifaschistische sozialistische Absicherungs- Ball. Ball. Mit rumgereicht. Nee, das ist, ey, das... Da müssen wir uns halt, da müssen wir mal ganz realistisch einfach mit dem umgehen, dass, dass, so eine... So, ich bin all in. Also, wirklich, ich bin, also ich bin, ich bin Demokrat. Ich weiß, wie Demokratie auszusehen hat. Und das in China hat nichts mit einer Demokratie zu tun. Ne? Und ohne da jetzt relativieren zu wollen. Aber wir müssen auch weg, glaube ich, in dieser westlichen, in dieser westlichen Ansicht, dass wir, dass wir so brutal schwarz und weiß Demokratie und Nicht-Demokratie gut und schlecht trennen. China, keine Demokratie. Amerika, Demokratie. China, keine Demokratie. Europäisches Parlament, Demokratie. Also, Amerika eine Demokratie zu nennen, ist für mich aber auch schon ein Affront. Ist ein Affront. Also, China ist sehr viel demokratischer, als es Amerika ist. Also, ich muss sagen, das finde ich ein Affront. Ein Affront? Oh, haben Sie mir jetzt hier ein Parabelritter-Video oder was? Das erste Wort, das du benutzt, das ich googeln muss. Affront-Bedeutung. Ein gezielter Affront gegen ihn, gegen sein Land, gegenüber seiner Person, seinem Land. Eine schwere Beleidigung. Eine schwere Beleidigung. Ja, siehste. Ich kann auch den Parabelritter machen. In Medias Rees, mein Freund. In Medias Rees, mir mal die Eier. In Medias. Lass uns, lass uns doch an diesem Punkt, wir haben gerade so viel, ich finde, ich fand das gerade sehr gut, wir haben gerade so differenzierten, individuellen Output gehabt, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen sich einen, sich vielleicht ein eigenes Bild gemacht haben und den einen oder anderen näher, näher sind. Das Ding ist, im Kern, im Kern sind wir uns einig. Hier geht es um eine sehr differenzierte Einzelausrichtung, möchte ich sagen. Aber im Kern bewegen wir uns in eine Richtung. Und das ist doch was sehr Schönes, wenn man trotzdem feststellt, dass es in einem Dialog trotzdem noch Differenzen, also unterschiedliche Ausrichtungen geben kann, aber die Richtung ist. Das nennt sich linkes Infighting. Das ist ja das, ja, aber guck mal. Wenn linken MMA-Kampf ist. Ja, nee, Infight ist ja, Infight wird ja immer so wahrgenommen, als ob man sich dann die Köpfe einschlägt und sich danach hasst. Aber das ist ja Quatsch. So, wir leben ja, wir leben als Linke ja vom Diskurs. Wir leben ja von, von, von dem Austausch und wir leben auch von unterschiedlichen Meinungen. Und da muss sich ausgetauscht werden. Wir müssen wieder viel mehr Austausch ermöglichen und nicht dieses, nicht dieses, dieser, boah, dieser identitäre Fokus auf Verurteilung. Also dieses, dieses, oh, du siehst das anders als ich. Damit bist du ein Feind. Nee, bist du nicht. So, wir sind halt, wir sind alle im gleichen System gefangen und wir wollen alle unterm Strich irgendwie das Gleiche. Und dann gibt es da verschiedene Herangehensweisen. Und gerade wenn wir, also warum sollte ich mich mit Stay darüber kloppen, ob wir chinesische Elektroautos mit einem Strafzoll belegen, weder er noch ich haben da irgendeine Entscheidungsgewalt drüber. Ja, aber wir können ja, wir können ja auch eine Gewaltung sagen noch. So, weißt du, wenn ich jetzt hier erster Stabssekretär wäre und, und er zweiter oder so oder beide erster und wir hätten die Entscheidung zu treffen, dann könnten wir uns zoffen. Weil dann müsste der Gewinner, müssten wir sich dann durchsetzen. Bei uns ist das scheißegal, Alter, juckt halt niemanden. Wir können Argumente austauschen, da gibt es für beide Seiten gibt es gute, die haben wir hier gehört. Fertig ist, seht es mal ein bisschen lockerer. Seht es mal ein bisschen entspannter. Ja, bleib mal ruhig, bleib mal entspannt, bleib mal, bleib mal, bleib mal relaxed. Ich, hast du noch was hinzuzufügen? Außer, bleib mal relaxed? Ne, bleib mal relaxed ist auch der Folgentitel. Bleib mal relaxed. Bleib mal relaxed. Bleib mal relaxed. Bleib mal ruhig. Pieft mal einen weg, so einfach, wenn es sein muss. Ich will noch, ich muss ganz kurz noch den Quatsch des Tages vorlesen. Ich habe den dir schon vorher gelesen, aber der Quatsch des Tages, Alter, das ist wirklich, das ist wirklich so ein riesiger, quitschig Quatsch. Also, Koi, queerpolitischer Sprecher der Initiative, hat gesagt, wir waren diesen ständigen, wir sind diese, wir waren diese ständigen Vorwürfe leid, dass wir uns als Queere und Transmenschen so stark für ein freies Palästina engagieren, als ob wir nicht wüssten, dass die Hamas in Gaza queere Menschen zur Zeit noch eher ablehnt und Frauenrechte nicht ganz ausreichend beachtet. Wir sind ja nicht naiv, aber wir glauben, jetzt wird es wirklich wild, wir glauben fest an eine Transformation der Hamas in ein genderqueeres Kollektiv nach der erfolgreichen Dekolonialisierung. Sag mal, wer hat euch eigentlich ins Gehirn geschissen, Alter? Wer hat euch eigentlich, Wallning, die Hamas, ein Trender, was, was, ein Transgender, identitäres Kollektiv. Ich hab's gelesen und hier in meiner kleinen Gruppe wurde folgender Satz direkt darauf geantwortet, pass auf, ähm, unabhängig, unabhängig von, von den Inhalten, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass die Hamas nur ein Plenum davon entfernt ist, schwul zu werden. Ja. Was? Die brauchen noch ein Plenum, Alter, ein einziges Plenum, sag mal, der ist doch eigentlich ins Gehirn geschissen, ihr Vollidioten. Ich will auch für ein freies Palästina protestieren dürfen, aber ich will halt nicht mit irgendwelchen Vollnasen da rumrennen, die denken, die Hamas sei irgendwie eine Gruppe von Wohltätern. So, die Hamas ist eine aus dem Volk gestiegene terroristische Organisation, die Zivilbevölkerungsanteile auslöschen möchte. Die wollen die Juden auslöschen. Hallo, Freunde, können wir mal aufhören, mit denen solidarisch zu stehen? Wie wärst du mal damit? Nimm dein komisches Palituch runter, wenn du das sagst. Ja, nimm dein Palituch runter, Nimm dein fucking Palituch runter, Jürgen, ey, du bist weiß. Echt, ey, was ist mit dir? Nimm das runter jetzt. Das ist halt wirklich. So, ey, Free Palestine all the way, aber hört bitte auf, die Hamas zu. Was Netanyahu, was das israelische Militär derzeit gegen die Zivilbevölkerung in Gaza auffährt? Das ist, du nennt es wie ihr wollt, ich nenne es ein Genozid, wenn ihr das nicht tut, dann ist mir das auch egal, aber wir sollten es verurteilen und wir sollten aber auch aufpassen, dass wir uns nicht mit irgendwelchen Kalifat ausrufenden Trottelgruppen aus Deutschland oder Palituch tragenden 20-Jährigen, die von, die von, von einem genderqueeren Hamas-Kollektiv sprechen. so, ich ist halt komplett ins Gehirn gefeuert, ey. Halli, du tragende Hamas-Beschwörer, also, Digga, naja, also bleibt relaxed, das ist die Aussage, bleibt relaxed, bleibt entspannt, ähm, wir sind mit einer neuen Folge für euch am Start, Folge 336 und, äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für deine Zeit, Karl, vielen Dank für deine und, äh, wir sind raus, das war's, Tschüssi! Tschüssi!